Hallo, wie heißt du? Ich heiße Kento. Kento? Ich heiße Wamba. Wie alt bist du? Neunzehn. Sehr gut. Woher kommst du? Ich bin aus Japan. Aus Japan? Ich bin aus Senegal. Und was machst du in Deutschland? Ich spiele Fußball. Fußball? Sehr gut. Und in welcher Position? Ich stimme. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Kento. Mein Name ist Kento. Wie alt bist du? Ich bin neunzehn Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin neunzehn Jahre alt. Wie alt bist du? Ich komme aus Japan. Ich bin Japaner. Was machst du in Deutschland? Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Welche Position spielst du? Ich bin Stürmer. Ich bin Stürmer. Ich spiele als Stürmer. Dann... Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.